Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel OLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir die Story abgeschlossen und seitdem hat sich hier in Content City einiges geändert. Eigentlich nichts, wir haben, weiß ja nicht, ich glaube eine Expertenmission wurde hinzugefügt, einen ganzen Haufen von Parallelquests dazu gekommen und ja, ja, ich würde sagen, wir fangen ja mal ein bisschen klein an und zwar mit kleinen Anfangen an mit Son Goku als Meister. Ja, weil ich offscreen hier noch ein paar Meister trainieren will und da wollte ich Son Goku noch. Endlich mal. Hey, ich heiße Son Goku. Moment mal, das weißt du ja schon. Die Kaschina-Zeit haben wir gesagt, ich sollte jemanden trainieren, aber ich hätte nie gedacht, dass es sich dabei um dich handelt. Ich hab schon von dir gehört, machen wir uns an ins Training, dann wird sicher hilfreich, das wird sicher hilfreich für uns beide. Jetzt bekomme ich endlich die Gelegenheit, gegen mich zu kämpfen. Jo, ich freue mich total auf. So beide Seiten, also keine falsche Zurückhaltung. Zeig mir, was du drauf hast. Okay, erstmal muss ich dich aber... Genki-Dama. Also, eh, erster Tag Karriere, nimm Genki-Dama. Dabei kämpfen natürlich nur einmal gegen ihn, damit ich ihn als Meister freigeschaltet habe und offscreen hochleveln kann. Den Rest des Parts werden wir wahrscheinlich parallel festmachen und mal schauen. Jetzt haben wir zu einer größeren Umgebung. Ja, ich fahrt aus. So, ich fahrt verdammt. Nervt. Ach man. Aber ich müsste mich nicht damit besiegen, oder? Das war viel effektiver. Hallo. Aber ja, jedes einzelne Mal. Und das... Pff, Boden gelandet anstatt... Beerde, gut. Ich hab alles von den nächsten Parallel, weil ich hab mir schon so ein bisschen angetreten. Jo, schon hier ist so ein Mokko. Kaka-Rot-Tro. Ich mein Kaka-Rot. Übrigens, was ich hab halt gefällt, kann ich ein Like, ein Abo oder ein Kommentar gelassen. Das würde mich sehr freuen. Und den Kanal ein bisschen weiterhelfen. So, jetzt bist du mal... ihn als Meister freigeschaltet haben ausgezeichnet, ey. Vor allem, mit so viel Stark gibt es so stark, klar. Ähm, Zeitpaar... Nee. War es Zeitpaar... Egal, was... Äh... Egal, was es war. Es war einfach fantastisch. Hey, es macht einen Riesenspaß mit dir zu spielen. Sag ich mal, wenn du wieder trainieren willst. Okay. So. Gut. Was ist ein Mokko ausgezeichnet? Ich will das auch danach noch fünf Stück. Da ist das nächste Mal, wenn wir irgendwie Meister machen, werden wir auf jeden Fall Broly, Sonoko und Hitman, weil ich Panda noch nicht weiterhelfen kann. Weil ich sie euch freigeschaltet habe. So, hier ist irgendjemand aufgetaucht. Den will ich mal ansprechen. Diese Klänge ist windendes. Im Bambus weist du zu entspannt und findest du das nicht auch, Held? Ich dachte mir, dass du für sowas auch ein Gespür hast. Das ist gut. Das gehört zum Heldensein dazu. Das eine, euch einen Vollblut zählt. Als Nummer drei des Heldengesellschaft würde ich meinen Ruf darauf verwelten. Da fällt mir ein. Ich habe vergessen, was für dich habe hier. Das gehört dir. Der Name ist Frieden. Also im Prinzip, wer weiß, dass du wirklich ein Held bist. Wir waren sicher auf. Okay. Sag mal, was macht das? Ich war keine Mokko, die Spazierle mehr gehabt. Einatoren, wir sind auf den Gefährten, basierend auf Gefährten, die selben Spezies. Okay. So, bedeutet das, ich kann halt nicht gut benutzen. Aber irgendwo sind noch ein paar Leute aufgetaucht, wo war ich noch mal. Ich glaube hier, ne? Dann ist die neue Expertenquests. Hallo, gute Arbeit bei den letzten Missionen. Wie geht es dir denn? Hier erstrehen sich einfach alle zu sehr an. Überfordert dich nicht. Ach ja, ich habe was wir in einem Sohn auf einen entlegenen Planetenkunden. Und ich möchte es dir zeigen. Rotom scoren und Vegeta. Machen wir das. Ai, ai, ai. Gut. Ich erinnern wir ja noch alles hier. Ich glaube, ich habe auch Tower freigeschaltet. Ich habe schon nachgeguckt. Hier. Tower. Ich bin verwirrt. Universum in sieben Kleidung. Ich bin von denen noch DLCs irgendwann oder so. Okay, keine Ahnung. Aber in Season Pass oder so, ja. Mal wissen, wenn sie rauskommen. Naja, das war wirklich Goku Black. Super Saiyan Roast Style haben. Und Sommersu. Und Super Saiyan Blau Vegeto. 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 Mein Gott. Ich weiß, dass die letzten Parallelquests im ersten Teil absolute Hölle waren. Und die letzten Parallelquests aus dem ersten Teil haben wir schon hinter uns. Die kamen nämlich hier auch schon vor. Ich glaube sogar noch ein bisschen schwieriger. Ja, und jetzt sind wir aber im Endspurt schon bei einem Parallelquests. Ich weiß nicht, wie stark die jetzt werden hier die Gegner. Aber wir sind nur hier. Okay. Ja, Super Saiyan 2. Guckt euch mal die Key von dem an. Nee, das macht mir alles. Wahrscheinlich ziehe ich denn auch nichts ab, ne? Also, ich weiß nicht, wie ein Super Strom schlägt. Versucht es mal, den Strom zu schützen. Ja, vorne. Oh, gut. So, 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 so. Warte, ich komme, ich komme anvisieren, wieder. Ja, so, 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 so. x- Carmale. Wimart, ganz noch mal den super Stromschlag. Ja, auf damit. wir haben natürlich wieder ist klar aber wir sind nicht alle so helle stark oder höllischwerden junge lasst mich zeugs machen hier frist hat warum machen die gegner hat in letzter zeit dauern als ob die wüssten abwehrdurchbruch hier das beste ist bei so einer attacke ich bin erst beim ersten gegner und ich kenne nur verpresse oh mein gott sogar fängt man ja nein angemacht gebrochen bis aus meiner ultimatum abgebrochen ja ich bin du auch macht dich blond es kommt noch ein gegner doch hier ist der leise weg nein so habe ich nicht gemeint da kommt super nein er hat wieder irgendwas gemacht ich habe schon ich sehe schon das hat hier nervig wie es beispielsweise haben brony und brony keine probleme hier zu überleben aber ich natürlich wieder da kannst du mal kannst du mal auf wenn dein ausweich ich komme ich komme ich komme super ja ok macht sondern stärker sein von der brodie fanboys nach einem burski steigt dauerhaft kann nicht aber sehr gut wollte ich eigentlich nicht aber auch gut war hat wohl bleibt mir doch mal vom leid das leiden weg geflogen dann sind wir weg geflogen bei der andere blöde zu sehen wie es immer weiter entfernt wurde ich muss sagen wird genauso schwer wie im ersten teil ich habe von frustanfall im ersten teil als unglaublich schwer war da war es da lag es irgendwie mehr daran dass ich nix abgezogen aber wo ich irgendwie alles maximiert hatte reisen ich hatte explosion maximiert ausrüstung auf explosion und so spezialisiert aber ich habe trotzdem irgendwie nie immer abgezogen habe ich dort viel gehabt ist hier zum glück anders ein bisschen da gibt es alles nicht ich komme gar nicht zu irgendwas hier wir haben jetzt ein gegner besiegt ein gegner besiegt ja okay ist jetzt gut man kollege jetzt mal auf den nerven ich wollte sie sind einfach mal ich wollte dahinten lang reifen und dann wird aufklagen bei seinen kollegen aussieht wie geht er tut die ganze zeit rohli hier abhalten wie zu beleben oder will zu geben oder was oder was läuft ja mein gott das ist kein problem war schon klar das ist im weg als wert nichts dahin warum treffe ich mein kam mir am jahr ist nicht egal welches welche version nutze ehrlich ich wollte nämlich so ein kleines ja ich mir schon gedacht vielleicht irgendwie viel schneller oder so erledigen müssen war ja nicht mal annähernd schnell junge auf screen machen weiß ich muss die müssen noch mal machen sie kann ich irgendwie nicht umstellen vielleicht im hauptmenü aber hier nicht wie es ausschaut aber schon mal jetzt das böse sucht wieder drängen was die mission kommt mir bekannt vor egal machen wir so machen wir drei heute in dieser folge aber schon mal die erste runde hier geschafft kann man das ist jetzt nicht so schwer nicht belohnung anguckt aber was halt und wegen was suchen ein paar gegner erledigen und wegen man suchen da dürfte nicht so schwer sein ist klar nein ich wollte mich in drei aber ja darf ich nicht von ob ich lass mich nicht von euch verpräsenz haben ja ja ach ja aber klar ja haben wir aber wyjoht da war so m und noch mal um Boah, 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 boah. Pfff. Keine Probleme. Braulie, halt ihn doch mal auf. Ich dich auch, Braulie. Ich lieb dich auch. Mein Aufklang. Die Angefangen, genau den. Boah, ho, 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 ho. Da. Die sind wir geschaffen. Wir haben den Schaffchen in der ,,Time-Machine' in die ,,Temem-Machine' in die ,,Dragon-Ball". Wir haben den Schaffchen gesetzt. Du Räugern, den Dragon-Ball, ich hab den Schaffchen gesetzt. Du Räugern, den Dragon-Ball, den Dragon-Ball. Ja, gut. Na, gut. Na, gut. Das Wasserflasche hier zu Tode erschreckt. Guck. das ist schon ein zweites mal heute damit sind jetzt verprügeln die fresse schlagen haben wir nicht so dass wir uns nicht schwer zell juniors zwei zunge ausgesteckt in den handelmann gemacht aber ich weiß ihr seid die letzten gegner in diesen parallel quest den letzten parallel ist aber er müsste nicht alle fähigkeit haben zu kontern es war mir sagt verdammt noch mal zell so nicht alle in die rechtzeit schon meistens bevor ich überhaupt angegriffen ab da muss ich einen an als feuerber scheiß so schnell geht doch gar nicht muss erst mal realisieren hat da jemand hinter dir ist auf einmal nein schlag zu duft duft und dann die sich umdrehen ich habe mich weg dann geht mir so auf die kratzer noch vorhin noch eine runde suchen waren wir uns alle was zwei kämpft seid ihr da hat im buchlein er doch gar keine probleme gegen die hier ich sehe kills die meiner mein 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 jetzt auch danke muss man nämlich glaube ich gruppenmeilungen mit ich selbst brauche glaube ich immer nur so drei kapseln zu überleben das ist aber süß der a5 noch irgendjemand nicht dann wird er einfach läuft gerade auf in der luft brauche ich aber auch kein problem dass man diese werfen ja im gegend zu werfen zu werfen 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 er war schon wieder so blöde da irgendwie wieder gut war finde ich zum teufel ziehst du auch damit hat man verraten für die hand alles so die mission die gegenüber einfach war richtig einfach war richtig einfach ich habe nur es bekommen das heißt ich muss das ja nochmal machen grandios kolossal aber trotzdem drei missionen egal wie lange die nächste dauert ich werde die auch noch schaffen japan mit dieser ok super superior super super ultimative kampfserie habe kommt mir auch bekannt vor zum ersten teil ihr als kleidung und siegesrausch nach der anderen tat auch besieger in dieser kampfserie eine kunde die kapsel z baue ich meistens nicht immer die dann haben wir schon mal 89 89 parallel queserlicher musste ja mal vorstellen so rolle nächsten paar reichten wahrscheinlich schon alle meister zur verfügung abgeschlossen haben ich weiß wir können danach in den nächsten palik was jenen charakter nehmen die wir wollen da können wir bis zu der bild nehmen also uns ein bisschen einfacher zu machen ja wie schon kenne ich aus dem ersten teil hätte ich ausgeben machen sollen aber wir sind im endspurt oder sowas soll ich bin ein teufel und das ist ein super strom schlag okay machen wir sehen so am schub hier ist ein number one dann geht es in dieser neben des jahres 2016 ein number one oder so so wie ich das jetzt hat hier die abhauen und mich von hinten abwarten wir sehen so abgewährt hat verdammt macht verdammt noch mal abwärts also gar keine ultimate ein weil ich genau weiß was passiert doch bis zu einer wand ist gegangen da habe ich mehr chancen meine kam ja mehr hat man wird sich eigentlich nicht den im all damit recht doch fast immer das war sehr gut wenn ich nicht getroffen war sehr gut noch besser der kampf geht die ganze zeit hier weiter über eine trophäe die man bekommt wenn man auf jede karte irgendwie kämpft dann die habe ich immer noch nicht glaube ich kann dann das sein ab stimmt wenn ich hier weil ich nicht eine zeiteier hier mache ich glaube ich habe so eine ahnung was in caps the corporation of fear dass er vegeta wahrscheinlich wenn ich den uns abgeschlossen ab zeit abgeschossen habe wo ich immer noch glaube dass es da um drängen bei gt geht dann muss ich bestimmt noch mal gegen begegter kämpfen allerdings in seiner vier fremse partei sind form wer hat für mich die einzige erklärung warum wir da immer noch 14 prozent fehlen und dann muss er sagt haben wir haben den angriff kann ich noch sehr spät einsetzen das ist sehr gut bei sturm kamen haben ja muss ich mal sofort vier weg drücken angepasst noch problem ist wenn ich den dann nicht erreicht habe weil ich wenn ich dann die gegnerin getroffen hat bringt hat nichts also vor risikoreicher wenn ich erst gemerkt habe dass ich ihn getroffen habe und dann den angriff noch mal drücke dann ist das schon zu spät dann macht er nicht mehr hier ist angefangen stark genug ich kann doch für sehr spät danach nachsetzen bin ich sehr gut jetzt habe ich gesehen hat ihn getroffen habe ich habe direkt den angriff noch mal gedrückt aber er hat nicht gemacht weil zu spät war ich hätte sofort machen müssen aber wenn ich ja nicht getroffen hätte dann hätte ich wieder einen kiefer ballert hier der angriff ist sehr berechenbar ich habe besuch aus der zukunft da war zurückblicken betrachtet dass vier fahrer kajogen kam ja doch noch sehr gut aber auch gut ist super strom schlag auch wenn ich anscheinend immer probleme habe alle gegner damit zu treffen ich eigentlich plane den abzufahren ja ich weiß ich kann ich erstmal suche mich gar nicht erst hinter die zu teleportieren ich weiß jetzt funktioniert das nicht mehr so wie geht er auf zu handeln ich habe ja alles kaputt ausgezeichnet in solchen situation funktionierter teil ich konnte sie nicht ich konnte jetzt eigentlich roly und roly heilen angebende kapseln aber habe ich mich sowieso gefragt diese bonus dieser rasten bonus die man hat aber klar kann es ja zum beispiel heilen nach dem sind die hälfte hp oder irgendwie sowas verloren haben und so zwei agents werden ja stärker mit seinem akum gegangen sind trifft das eigentlich auf die land charakter auch zu also wenn ich zum beispiel brody einmal kaputt hauen und dem wiederbelebe bekommt er auch mehr angriffskraft sowie in selbst erstellte katar und piccolo sich auch heilen nach der zeit okay da tut sich piccolo auch nach dem irgendwie ein paar p verloren hat heilen also bekommen die anderen charakter auch diese rasten bonus das wundert mich das würde mich wundern das würde ich gerne wissen und so zeugs ja wer kommt jetzt noch so ja das war die familie ist von baumfeuer geschockt hat gesehen hau gott sehr wohl das war noch mal leicht ja noch ein bisschen ich kann auch gehen müssen drauf haben nein nicht so nein du bist so stark um diese verteidigen zu verwandeln er macht irgendwie keinen sinn jetzt so auf jetzt nach drängen mal super standard macht das jetzt eigentlich gar keinen sinn und beide kaufe verhandlung da bin ich gut meine erklärung ist hat von gohan also ich glaube nicht da irgendwie offiziell erklärt worden ist aber erklärt ist ja das von gohan freigeschaltetes potenzial jetzt stark genug ist und der superzeit und verwandlungen abhalten aber lässt du mich verdammt noch mal dahin wenn wir jetzt nach drängen war super gehen und er wird ja auch dasselbe boah son goko lass mich doch mal in ruhe jetzt nach drängen war super gehen nein der haut mich kaputt möchte ich gerade auf hinaus will wenn wir super haben ja auch gott key weil sie nach der mann der schafft hat nicht nach der logik müsste ja eigentlich das gott key auch deren potenzial irgendwie ihre super zeitischen verwandlungen weil sie nicht schwächer machen weil die verwendet sich ja in ihre gottformen super zeichen also super zeit und blau also machte irgendwie keinen sinn wirklich wieder sehr wohl ja finde ich gut danke das ging zum goko zu kämpfen so hat man nicht geschafft ausgezeichnet ausgehen er ist sowieso die gleiche mission aus dem ersten teil glaube ich habe mir sehr stark bekannt vor die mission also mache ich die offscreen habe jetzt gesehen ja das von goko so und roten sind da hey und ja mache ich ausgehen diese mission meine partie mit der projekt bald mal beenden das platz waren für ein paar neue projekte außerdem will ich nicht mehr so viele auf einmal haben deswegen tue ich mich auch bei kingdom hearts ja schon wie blöd sputen und ja ich würde dann sagen wenn euch der part gefallen hat dann könnt ihr ja ein like ein kommentar oder ein abo hinterlassen und dann sehen wir uns in der nächsten folge von let's play rainbow x2 ich bedanke mich alle zuschauer und sage tschüss bis zur nächsten folge und dann sehen wir uns in der nächsten folge und dann sehen wir uns in der nächsten folge und dann sehen wir uns in der nächsten folge und dann sehen wir uns in der nächsten folge und dann sehen wir uns in der nächsten folge und dann sehen wir uns in der nächsten folge